Bei dieser spektakulären Entdeckung könnte es sich möglicherweise um eine klasse schwarze Löcher handeln, die bislang noch nie eindeutig nachgewiesen werden konnte. Sogenannte intermediäre schwarze Löcher. Fachleute haben ein Signal aufgespürt, das von einer äußerst ungewöhnlichen Kollision her rührt. Und auch die beiden ausgangsschwarzen Löcher waren anders als alle bisher beobachteten. Clixoom Science in Future gibt's dreimal pro Woche. Spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst denn nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Und am Ende gibt es noch ein Sneak Preview. Den gängigen astronomischen Modellen zufolge können diese Beobachtungen eigentlich gar nicht stimmen. Denn sowohl die beiden ausgangsschwarzen Löcher sind mit ihren 85 und 66 Sonnenmassen deutlich schwerer als alle anderen, die Astronomie-Teams bislang mithilfe der Virgo- und LIGO-Observatorien beobachtet haben. Und auch das Objekt, das aus der Verschmelzung dieser beiden Giganten entstanden ist, ist ein echter Rekord. Denn es weist ganze 142 Sonnenmassen auf und somit könnte es tatsächlich das erste, eindeutig nachgewiesene, intermediäre schwarze Loch überhaupt sein. Und das wäre eine echte Sensation. Dazu der Astronom Da Sheng Lin, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Aber trotz langer Suche hat man solche intermediären schwarzen Löcher von 100 bis 100.000 Sonnenmassen bislang nicht beobachtet. Doch von vorne. Entdeckt wurden die beiden schwarzen Löcher von einem Forschungsteam der LIGO- und Virgo-Kollaboration. Das sind die beiden einzigen Gravitationswellen-Observatorien, die es weltweit gibt. Am 21. Mai des vergangenen Jahres, 2019, bereits hatten die Fachleute ein Gravitationswellen-Signal aufgespürt, das die Bezeichnung GW190521 bekam. Sowohl die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden LIGO-Detektoren in den USA, als auch ihre Kolleginnen und Kollegen am italienischen Virgo-Gravitationswellen-Detektor konnten diese Schwingungen detektieren, die darauf hinweisen, dass zwei besonders massereiche Objekte verschmelzen. Die Messungen der Gravitationswellen-Observatorien LIGO USA und Virgo Italien laufen in einem sogenannten Interferenz-Experiment, bei dem ein Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufgespalten wird. Die Lichtwellen werden in zwei Röhren geleitet, die exakt gleich lang sind und senkrecht, also im 90-Grad-Winkel, aufeinander stehen. Am Ende steht ein Spiegel, der sie reflektiert und zurückwirft. Wenn sich die Strahlen, also die beiden Lichtwellen, im Normalfall eliminieren bzw. aufheben, gibt es kein Signal, dann löschen sich die beiden Lichtwellen gegeneinander aus. Kann jedoch ein Signal gemessen werden, liegt dies an einer Gravitationswelle, die die Raumzeit verzerrt. Denn dadurch variiert die Länge der Röhren und die Laufzeit. Eine Gravitationswelle hat die Raumzeit gekrümmt. Die Messungen müssen wirklich sehr, sehr genau sein, da der Effekt der Gravitationswellen sehr, sehr klein ist. Hierbei handelt es sich eben um Stauchung und Dehnung in Struktur von Raum und Zeit, die sich in Form von Gravitationswellen mit Lichtgeschwindigkeit wellenförmig ausbreiten. Und die hatte tatsächlich Albert Einstein schon vor mehr als 100 Jahren vorhergesagt. Er war nur davon ausgegangen, dass sie so schwach sind, dass wir sie nie messen können. Aber in der jüngeren Vergangenheit gab es etwa ein Dutzend spannende neue Einzelentdeckungen, die nach und nach ein Gesamtbild dieser super spannenden Gravitationswellenereignisse ergeben. Ein neuer Wissenschaftszweig war durch LIGO und VIRGO geboren worden, die Gravitationswellenastronomie. Und jetzt schon wieder ein äußerst spannendes und zugleich auch rätselhaftes Signal. Rätselhaft, weil diese Schwingungen eine besonders hohe Intensität als auch eine niedrige Frequenz aufwiesen. Sogar für die Fachleute selbst eine besonders überraschende Premiere. Dazu der Astronom Nelson Christensen. Das Signal war weniger ein Schirpen, wie wir es typischerweise detektieren, als vielmehr ein richtiger BANG. Es ist das massereichste Signal, das LIGO und VIRGO jemals beobachtet haben. Ein ganz besonderer Fall also, der auf eine ganz besonders außergewöhnliche Kollision schließen lässt. Zuerst einmal zu der Besonderheit der beiden ausgangsschwarzen Löcher, die in keine der beiden Kategorien passen, von der die Wissenschaft bislang ausgegangen ist. In die eine Rubrik ordnen Fachleute supermassereiche Giganten ein, die bis zu zehn Milliarden Sonnenmassen aufweisen und sich im Zentrum von Galaxien befinden. Ein Beispiel dafür Sagittarius A-Stern im Herzen der Milchstraße. Auf der anderen Seite dann stellare schwarze Löcher, die durch die Supernova massereicher Sterne entstehen. Nach Meinung der Fachleute kann diese Art schwarzer Löcher nicht mehr als 65 Sonnenmassen aufweisen. Laut der sogenannten Paar-Instabilitätstheorie dürfte es im Bereich von 65 bis 120 Sonnenmassen keine schwarzen Löcher geben. Die Erklärung dazu hängt mit der Entstehung der stellaren schwarzen Löcher zusammen, die durch die Supernova eines massereichen Sterns entstehen. Ausgangssterne, die sehr schwer sind, nämlich explodieren nicht als Supernova. Stattdessen kommt es zu instabilen Episoden, in denen die Ausgangssterne innerhalb kürzester Zeit einen großen Teil ihrer Masse abstoßen. Heißt also im Klartext, dass diese Sterne bei diesem Prozess schrumpfen. Bei ihrer Explosion kann somit nur ein schwarzes Loch entstehen, das maximal 65 Sonnenmassen aufweist. Heißt also in Bezug auf die sogenannte Paar-Instabilitätslücke, dass ab 65 Sonnenmassen Schluss ist. Ab 120 Sonnenmassen allerdings können schwarze Löcher demzufolge wieder existieren. Und zwar aus dem folgenden Grund. Hier sind Sterne im Spiel, die mehr als 200 Sonnenmassen aufweisen und direkt zum schwarzen Loch ab etwa 120 Sonnenmassen kollabieren, ohne dabei zu explodieren oder zu schrumpfen. So also entsteht diese Lücke zwischen 65 und 120 Sonnenmassen, in der es der Theorie zufolge keine schwarzen Löcher geben dürfte. Soweit die Theorie. Doch die Realität ist möglicherweise eine ganz andere. Darauf weist zumindest die aktuelle Entdeckung des Gravitationswellensignals GW 190521 hin. In der Vergangenheit dagegen hatten astronomische Beobachtungen dieser astrophysikalischen Paar-Instabilitätstheorie immer entsprochen. Und mittlerweile sind es tatsächlich schon einige Verschmelzungen von schwarzen Löchern, die aufgespürt werden konnten. Und zwar, weil Gravitationswellen detektiert werden konnten. Mit dabei sogar auch die Kollision eines schwarzen Lochs mit einem Neutronenstern. Ebenso auch Kollisionen von sehr ungleichen Partnern. Heißt also, die nun aufgespürten schwarzen Löcher weisen eine extrem große Masse auf. Und genau das wirft viele Rätsel auf. Dazu der US-Astronom Alan Weinstein. Dieses Ereignis wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Aus der Sicht der Physik ist das eine sehr spannende Sache. Spannend vor allem auch das entstandene schwarze Loch, das 142 Sonnenmassen aufweist. Somit bewegt es sich in der Lücke, die die sogenannten Intermediären schwarzen Löcher schließen könnten. Diese könnten nämlich 100- bis 100.000 Mal schwerer sein als die Sonne. Sie liegen somit im Zwischenbereich zwischen den stellaren schwarzen Löchern und den supermassereichen schwarzen Löchern der Galaxienkerne. Quasi das Missing Link im Spektrum der schwarzen Löcher. Mit dabei unter anderem auch ein schwarzes Loch mit 428 Sonnenmassen und in den Randbereichen anderer Galaxien mehrere auffällige Röntgenquellen. Vielversprechend unter anderem ein Objekt mit starker Röntgenstrahlung und bereits 2006 im Visier der beiden Röntgenteleskope Chandra und XMN Newton. Doch damals gelang es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht, die Röntgenquelle genauer zu lokalisieren. Anfang diesen Jahres hat aber ein US-Forschungsteam das Objekt mit der Bezeichnung, die unten eingeblendet ist, weil sie viel zu lang ist, noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Und zwar unter anderem mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble. So konnten beispielsweise die Größe und die nähere Umgebung des Objekts näher bestimmt werden. Das Röntgenspektrum verriet dann auch Lage und Art des Objekts und somit war klar, es handelt sich keineswegs um einen nahen Neutronenstern, sondern um ein schwarzes Loch, das im Randbereich der Galaxie Gal 1 liegt. Und zwar höchstwahrscheinlich in einem Sternenhaufen. Und noch mehr konnten die US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, nämlich dass dieses schwarze Loch über 50.000 Sonnenmassen verfügt und daher zu einem der aussichtsreichen Kandidaten für ein intermediäres schwarzes Loch zählt. Die Beobachtungen lassen darauf schließen, dass dieses schwarze Loch auf frischer Tat ertappt wurde und zwar beim Zerstören eines nahen Sterns. So wird Materie freigesetzt, die um das schwarze Loch dann kreist und sehr stark aufgeheizt und beschleunigt wird. Und genau diese Aktion führt zu der intensiven Röntgenstrahlung, die es ermöglichte, das möglicherweise eben intermediäres schwarzes Loch aufzuspüren. Dazu der Wissenschaftler Da Sheng Lin, der in der Studie beteiligt war. Die Tatsache, dass dieses schwarze Loch einen Stern zerreißt, liefert uns starke Belege dafür, dass es nicht bloß ein stelares schwarzes Loch sein kann. Dennoch, viel mehr ist über dieses Objekt nicht bekannt. Die großen Fragen lauten, wie entstehen solche intermediären schwarzen Löcher und wie entwickeln sie sich? Handelt es sich bei den schwarzen Löchern dieser Masse um kosmische Ausreißer? Bei der aktuellen Entdeckung der Verschmelzung GW190521 sind es also nicht nur die beiden Ausgangsobjekte, die alle Rekorde sprengen. Auch das daraus resultierende schwarze Loch hat es mit 142 Sonnenmassen in sich. Es handelt sich tatsächlich um die höchste Gesamtmasse, die Forschungsteams weltweit jemals beobachten konnten. Doch die Verschmelzung der beiden schwarzen Löcher ist schon ewig her. Dieses Ereignis fand nämlich bereits vor sieben Milliarden Jahren statt. In einem Universum, das zu diesem Zeitpunkt halb so alt war wie heutzutage. Doch die Gravitationswellen waren enorm. Und genau das führte dazu, dass sie überhaupt bei uns ankamen und detektiert werden konnten. Und das aus einer gewaltigen Entfernung von eben sieben Milliarden Lichtjahren. Und das wundert nicht, schließlich wurde durch die Kollision der beiden schwarzen Löcher das Energieäquivalent der siebenfachen Sonnenmasse ausgesendet. Und das ist wirklich unglaublich viel Energie. Nur deshalb waren die Gravitationswellen hier überhaupt messbar. Man darf nicht vergessen, dass die Energie solcher Ereignisse mit dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional sinkt. Es müssen schon unglaubliche Energien sein, die in einer Entfernung von sieben Milliarden Lichtjahren noch besser sind. Die US-Fachleute bewerten ihre Beobachtung als spektakulär, denn sie sind sich sicher, dass es sich um die lang gesuchten Zwischenformen im Kosmos handelt. Dazu der Forscher Christopher Berry. Jetzt haben wir den Beleg dafür, dass diese intermediären schwarzen Löcher existieren. Und diese überaus überraschende Entdeckung könnte nach Ansicht der Forschungsteams wohl nur der Anfang sein. Dazu der Physiker Frank Ohme. Jede Messsaison von Laigo und Virgo hat uns bisher neue Einblicke in unser Universum eröffnet. Es ist offensichtlich, dass wir gerade erst begonnen haben, die Vielfalt der Paare von schwarzen Löchern dort draußen zu verstehen. Die Fachleute setzen darauf, dass in Zukunft immer längere Beobachtungszeiten möglich sind und auch die Detektoren immer sensitiver werden. Und das könnte die Forschung enorm weiter bringen. Denn durch solche Beobachtungen lassen sich nicht nur die Entstehungsgeschichte schwarzer Löcher viel besser nachvollziehen, sondern auch die Expansionsgeschichte des Universums. Dazu Carsten Dansmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Bald, wenn wir alle Verschmelzungen schwarzer Löcher analysiert haben, die Laigo und Virgo in ihrem dritten Beobachtungslauf beobachtet haben, wissen wir hoffentlich mehr. Was passiert in einem schwarzen Loch? Also hier anklicken, anschauen und abonnieren. Und zwar Dr. Watson, ein wirklich genialer Wissenschaftskanal, der seine Videos wirklich mit unglaublich viel Einsatz macht. Was ist das eigentlich? Bald mehr dazu. Bis dann. Bleibt dran.